In den letzten zwei Jahren sind die Preise in nahezu allen Lebensbereichen stark angestiegen. Und wer jetzt sowieso bereits am Existenzminimum lebt, hat immer größere Probleme, auch nur den Alltag zu finanzieren. Schnell häufen sich dann Schulden an. Und wenn es sich bei diesen Schulden um Mietschulden handelt, dann ist das dramatisch. Denn bei Mietschulden steht ganz schnell die Kündigung durch den Vermieter ins Haus. Die Frage ist jetzt, unterstützt euch das Jobcenter in dieser Situation oder tut es das nicht? Darüber spreche ich in diesem Video. Liebe Freunde, wir möchten mit diesem Kanal Menschen erreichen, die unsere Hilfe dringend brauchen. Und das ist uns eine echte Herzensangelegenheit. Ihr könnt uns dabei unterstützen, indem ihr unseren Kanal abonniert, indem ihr unsere Videos teilt oder auch indem ihr unsere Inhalte diskutiert. Ich bin Dr. Urs Anhalt, Experte für Sozialrecht hier bei Gegenharz. Und ich zeige dir jetzt, ob Jobcenter deine Mietschulden übernehmen oder dir in dieser misslichen Lage anderweitig helfen. Ich habe leider zuerst einmal eine nicht so gute Nachricht. Jobcenter übernehmen in der Regel nämlich keine Mietschulden. Und das ist ganz egal, ob du die Mietschulden angehäuft hast, bevor du Bürgergeld bezogen hast oder erst nachdem. Übernehmen also in dem Sinne, dass du danach schuldenfrei bist, weil das Jobcenter dir die Schulden bezahlt, das tun die Jobcenter so gut wie nie. Das Jobcenter kann dir allerdings ein Darlehen gewähren, um deine Mietschulden auszugleichen. Das musst du dann aber zurückzahlen. Bedeutet das jetzt, dass wenn du Mietschulden hast, das Jobcenter dir auf jeden Fall ein solches Darlehen gewährt? So einfach ist das leider nicht. Ein Darlehen gewährt das Jobcenter in der Regel erst dann, wenn der Verlust der Wohnung droht, wenn die Schulden nicht ausgeglichen werden. Der wichtigste Punkt ist also, dass tatsächlich der Verlust der Wohnung droht, wenn diese Schulden nicht bezahlt werden. Es gibt dann aber noch drei weitere Voraussetzungen und die sind im Sozialgesetzbuch 2 ganz klar festgelegt. Punkt 1 ist, dass du als Bürgergeldbezieher keine eigenen Mittel hast, mit denen du diese Schulden irgendwie abstottern könntest. Der zweite Punkt ist, dass die Höhe der Miete innerhalb der Angemessenheitsgrenze sein muss, die das Jobcenter festlegt. Der dritte Punkt ist, dass es sich bei der Bezahlung der Schulden durch dieses Darlehen ausschließlich um die Kosten der Unterkunft handeln darf und nicht um andere Schulden, die du anderweitig irgendwie angehäuft hast. Ist die Miete höher als das, was das Jobcenter als angemessen betrachtet, dann übernimmt das Jobcenter die Mietschulden in Form eines Darlehens nur in ganz seltenen Ausnahmefällen. Und das ist auch gerichtsfest. In Berlin klagte zum Beispiel eine Familie, weil das Jobcenter sich weigerte, die Mietschulden in Form eines Darlehens zu übernehmen. Und diese Klage wurde abgewiesen mit der Begründung, dass erstens die Miete mehrere hundert Euro über der Angemessenheitsgrenze liegt und dass zweitens die Familie selbst keine Vorschläge brachte, wie sie denn die zu erwartenden weiteren Mietschulden bei dieser zu hohen Miete denn stemmen wollte. Das Jobcenter wird dir auch mit Sicherheit kein Darlehen gewähren, um die Mietschulden auszugleichen, wenn du diesen Zustand selbst mutwillig oder grob fahrlässig herbeigeführt hast oder durch sozialwidriges Verhalten dafür gesorgt hast, dass du in diese Schuldenfalle geraten bist. Das bedeutet, wenn du die Gelder, die das Jobcenter dir überweist, um die Miete zu bezahlen, dafür eingesetzt hast, um dir zum Beispiel ein Auto zu kaufen, um dir Schmuck zu kaufen, um dir Kleidung zu kaufen und nicht für die Miete verwendet hast, dann wird das Jobcenter dir mit Sicherheit kein Darlehen gewähren, um die Mietschulden auszugleichen, weil du selber Schuld an den Mietschulden bist. Ich gebe euch da mal ein konkretes Beispiel, das ich selbst miterlebt habe und das war ein Bürgergeldbezieher aus meinem Stadtteil. Ja und dieser Mann war Alkoholiker, der war also suchtkrank und das Jobcenter überwies ihm monatlich die Kosten der Unterkunft auf sein eigenes Konto und er sollte davon beim Vermieter die Miete bezahlen. Ja und dieser Suchtdruck war dann so groß, dieser Mann hatte eine Therapie gebraucht, ja der hätte Behandlung gebraucht, dass er sich dann das Geld abzweigte, um sich davon Schnaps zu kaufen. Und er bekam dann mehrere Mahnungen des Vermieters, der ihn dann immer wieder darauf hinwies, dass er, wenn das so weitergeht und diese Mietschulden nicht irgendwann ausgeglichen werden, er dann früher oder später geräumt wird. Das Jobcenter gewährte in diesem Fall kein Darlehen, um die Mietschulden auszugleichen und die Räumung erfolgte dann, nach einer Räumungsklage wurde dieser Mann dann zwangsgeräumt. Und so kann sich das dann entwickeln. Ja, aus meiner Sichtweise, armer Kerl, der ist krank, der braucht eine Therapie, aber ihr dürft in solchen Fällen nicht damit rechnen, dass das Jobcenter das auch so sieht. Ein Jobcenter wird in solchen Fällen kein Darlehen geben, um die Mietschulden zu bezahlen, sondern wird sagen, selber schuld oder sozialwidriges Verhalten oder grob fahrlässig oder mutwillig, wie auch immer. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche von euch jetzt denken, der Kerl war doch selber schuld, der hätte sich doch keinen Schnaps kaufen müssen. Das Problem ist, der Mann ist Alkoholiker und das ist eine Krankheit und das ist keine Willensentscheidung. Der kann nicht sagen, ich kaufe mir das jetzt oder ich kaufe mir das nicht, sondern der Suchtdruck treibt ihn dazu, Dinge zu tun, die ihm Schaden zufügen. Am Ende hilft das aber alles nichts. Für das Jobcenter zählt da nur, dass er das Geld, was für die Kosten der Unterkunft vorgesehen war, für andere Zwecke eingesetzt hat. Und damit hat er kein Recht mehr dazu, ein Darlehen zu bekommen. Nach diesen ganzen schlechten Nachrichten habe ich jetzt auch was Positives für euch. Ein solches Darlehen wegen Gewährung von Mietschulden müsst ihr nicht formal beantragen. Das heißt, dieser ganze Schriftkram, der dann monatelang dauert, bis das Jobcenter sich das alles angeguckt hat, der entfällt dabei. Es reicht völlig aus, wenn ihr dem Jobcenter mitteilt, dass ihr in Gefahr seid, eure Wohnung zu verlieren, weil ihr Mietschulden angehäuft habt und diese nicht bezahlen könnt. Und das ist auch gerichtsfest und zwar sogar durch das Bundessozialgericht. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr in dieser Notlage seid, zum Jobcenter gehen und sagen, dass eine Kündigung droht, wenn ihr diese Mietschulden nicht begleicht. Am besten ist es, wenn ihr dann eine schriftliche Kündigungsandrohung von eurem Vermieter habt oder sogar, falls bereits vorhanden, eine Räumungsklage vorliegt. Ansonsten reicht aber auch, dass euer Vermieter euch mündlich das angedroht hat. Das könnt ihr angeben. Ihr müsst aber keinen schriftlichen Antrag stellen. Das Jobcenter muss allerdings wissen, dass diese Notlage vorliegt. Was bedeutet das? Wenn der Vermieter euch bereits schriftlich eine Kündigungsandrohung geschickt hat, dann könnt ihr den Jobcenter vorlegen. Wenn eine Räumungsklage bereits vorliegt, könnt ihr die dem Jobcenter ebenfalls zeigen. Es reicht aber auch aus, wenn der Vermieter euch das nur mündlich angedroht hat. Auch das könnt ihr dem Jobcenter sagen und auch das berechtigt dazu, so ein Darlehen zu gewähren. Jetzt nochmal zu dem Punkt, dass du Mietschulden deswegen hast, weil die Miete zu teuer ist. Wenn das Jobcenter feststellt, dass die Höhe deiner Wohnungsmiete die Grenze dessen überschreitet, was die Behörde als angemessen ansieht, dann wird es ein Kostensenkungsverfahren einleiten. Und das bedeutet, es fordert dich dazu auf, die Miete entweder zu senken. Das kannst du zum Beispiel tun, indem du einen Untermieter nimmst oder aber dir eine günstigere Wohnung zu suchen. Wenn sich dann jetzt aber durch diese Differenz zwischen dem, was das Jobcenter an Angemessenheitskosten zahlt, unter realen Miete Mietschulden ergeben, dann wird das Jobcenter dir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Darlehen gewähren, um diese Mietschulden auszugleichen. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Dass das Jobcenter ein Darlehen gewährt, um Mietschulden auszugleichen, ist daran gekoppelt, einen Verlust der Wohnung zu vermeiden und damit zu verhindern, dass du wohnungslos wirst. Dazu ist das Jobcenter nämlich verpflichtet. Wenn aber die Kündigung jetzt bereits rechtskräftig ist oder sogar eine Räumungsklage abgeschlossen ist und jetzt zum Beispiel eine Zwangsräumung bevorsteht, dann wird das Jobcenter kein Darlehen übernehmen. Denn der Zweck dieses Darlehens, nämlich einen Verlust der Wohnung zu verhindern, wäre dann nicht mehr gegeben. Denn diese Unterkunft, die gerettet werden könnte durch die Übernahme der Schulden, ist ja bereits verloren und du hast zwar noch nach wie vor die Mietschulden, die wird das Jobcenter dir aber nicht mehr bezahlen. Liebe Freunde, ich hoffe, das waren für euch wertvolle Informationen für eine Notlage, in die wir alle viel zu schnell hineinrutschen können. Wir geben euch bei Gegenharz praktische Tipps für viele solche Situationen. Abonniert unseren Kanal und teilt unsere Inhalte, dann bleibt ihr dabei auch immer auf dem Laufenden. Wir sehen uns wieder, hier bei Gegenharz, euer Urs Anhalt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.